Die Weihnachtsgeschichte auf Alemannisch Nach dem Evangelium von Lukas, Kapitel 2, Vers 1-20 Zur seiner Zeit hat der Kaiser Algisch befohlen, dass sich alle Einwohner von seinem Land zählen lassen. Das war zum ersten Mal. Salmolz war der Quirinus-Stadthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Heimatstadt und hat sich aufgeschrieben. Also ist auch der Sepp von Nazareth in Galiläa genug auf Judäa in seiner Stadt von David, wo Bethlehem heisst, weil er ja in unserem Haus an dem Geschlacht von David war. Er wollte sich aufschreiben lassen, mit dem Mari, seiner Verlobten. Der war in anderen Umständen. Als sie da hingekommen sind, ist es Zeit geworden. Und die Mari hat den Sohn auf die Wald gebrocht. Es ist ihr erster gewesen. Sie hätte in den Windeln gewickelt und in den Kripp gelegt, weil sie nie in das Unterkomme sind. In seiner Gegend haben Schäfer auf dem freien Feld ihr Lager gelegt. Sie sind auf Nacht wach gewesen bei ihrem Fee. Auf einmal ist ein Angel gekommen und ein unsinniger Hals leer hat um sie herum geleuchtet. Sie haben sich arg gefärscht. Der Angler hat zu ihnen gesagt, ihr braucht euch nicht färschen. Ich verkündige euch nämlich eine große Freiheit, wo ein ganzes Volk gut kommen soll. Heute ist für euch in der Stadt von David der Retter auf den Wald gekommen. Er ist der Messias. Ich gebe euch jetzt ein Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden und ein Kripp vielleicht und ein Windeln gewickelt ist. Und noch einmal ist mit einem Engel eine große Show aus dem Himmel gewesen. Die haben Gott gelobt und gesungen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen, die guten Willens sind. Wo der Angel noch wieder unterwegs in Richtung Himmel war, haben die Schafe zueinander gesagt, Kommen, wir gehen Bethlehem zu und schauen, was uns der Heilgott verkündigen lassen hat. Sie sind abmarschiert und haben tatsächlich den Sepp und das Marie und das Kind gefunden, was in einer Krebslage ist. Sie haben das gesehen und noch allen erzählt, was ihnen über das Kind gesagt worden ist. Und wer das gehört hat, der hat Müll und Nase aufgesperrt. Über den Bericht von dem Schäfer. Das Marie aber hat alles, was geschehen ist, im Herzen aufgekippt und drüber nachgegangen. Die Schafe sind wieder zu ihren Viechern und haben dem Herrgott Lob und Dank gesagt für das, was sie gehört und gesehen haben. Weil alles genau so gewesen ist, wie es ihnen gesagt worden ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017